die im dunkeln auch also dass das sichtwelt wahrscheinlich eingeschränkt bei denen das kann sein tages anbruch hätte jetzt auch bestimmt schon gesehen oder wir sind so sneaky dass die und zeit wirklich nicht sehen das will ich lieber glauben runter halt auch mal die schnauze geisel wir sind hier gerade sneaky unterwegs läuft hier rum geht's gut so gerade wurde noch voll fertig gemacht jetzt ist er voll was macht der junge der bewaffnet sich was er macht party besser du stehst auf der leitplanke der ist auf die schiefe bahn geraten doch lass ich wenn du nicht die fresse hältst also die haben es eigentlich nicht verdient zu leben nein halt doch die fresse und stirb scheiße ok los macht die anderen beiden jawohl oder zeigt das automatisch irgendeine klippe jürgen von der klippe wir wissen gar nicht dass wir weg sind wie du da in zeitlupe hochkommst hallo hoi ich könnte ihn auf den kopf kacken bist du ein schmuck scheiße so heißen die vögel die einfach mal so aus dem nest so wegscheißen ich bin einfach eine taube die machen am meisten dreck ja soll ich sie weg machen ich kann die eins machen ja ok zwei ist weg äh eins ist weg hups voll der actionfilm ok ey wo wollt ihr hin achso ich dachte du wärst das erst mal auf die ladefläche springt oh fuck ja scheiße wir hätten jetzt das erste mal ein npc der uns taxi fährt ja komm steh einsteigen ich bin drauf nein lauf jungen lauf lauf ja nein will ich auch nicht wir brauchen einen taxifahrer ey warte wir haben npc auf die ladefläche ja auf die ladefläche fuck du bist nicht schon wieder jungen ja hallo wir müssen oh die karat fährt weiter naja so ein bisschen ja już npc lebst du noch hast du bock auf uns oh oh der bär wird den bär jetzt geärgert angebärt nicht dass der was gebärt hier Kannst du eigentlich Gebären-Sprache Aber ich hab mal Gebärtigt, das T-Shirt Stammt da Bärenstark drauf Ja, NPC Steig rein Ladefläche Ja, bin drin Ja, nice, ich auch Ins Fahr, Junge Ja, der verdrehte Augen Der hat auch Ein verdrehtes Hirn, der weiß nicht wohin Warte, ich schmeiß mit Steinen Ja, cool, hier kann man plündern Hier ist so ein kleiner Bonker Ups, äh Wow Okay Ich hab hier grad festgesteckt Hab ich gesehen Ah, ich glitsche in der Decke Irgendwie fest Oh, was sind die beiden denn? Und der? Äh, die? Äh Ich Gucke halb aus dem Dach raus Warte Steig ein, den holen wir Okay Warte Fahr, fahr, fahr Hui Ja, eins ist Schluss Oh, nee Oh, die Brücke kommt nicht raus Guck mal, siehst du denn? Nee, bei mir ist sie draußen Ich hab den Zaun, der im Loop Und die Brücke fährt nicht weiter Also kannst du, bin ich jetzt in der Luft bei dir? Ja Guck mal, ich kann zaubern Es geht auch nicht weg Hier gibt's irgendein Geschäft Nice Ich gehör zu dir, Bitch Okay, warte, ich bin die Ladung Sehr gut Ist bei dir die Ladefläche jetzt unten? Ja Bist du drauf? Nein, warte Ich will mich hier reinstellen und die Luke zumachen Ja, es funktioniert Warte, es funktioniert Oh, warte, der schleicht sich an Den überfahre ich kurz Nee, jetzt haut er ab Oh, fahr nicht so schnell Die Luke ist noch nicht Oh, ich bin durch den LKB geglitscht Nein So, ich hab ein Problem Ich hab ein scheiß Problem Moment, Moment Wir haben hier alle ein Problem Wo, wo bist du? Ja, mach mal die Lücke auf Mach mal die Lücke auf Ja, nein, der LPC fährt, scheiße Jetzt sitzen die beiden drin Ja, geil Und wo bist du denn? Ich bin hier Hinter den Kisten, oder was? Ja, ich bin hier durchgeglitscht Nein Und gerade jetzt fahren die Leute Komm rein, komm rein, komm rein Und mach die Luke zu Die Lücke frei machen Die fahren dann weiter Ja, geil Gerade jetzt Die Typen sind nice, Mann Ich komm hier nicht weg Ja, ich seh das schon Die seh nicht im Schatten Aber die beiden Typen fahren Ich bin nicht gefahren, Mann Äh, loll Schau's wieder ein, Leute Ich Wie komm ich denn hier Oh, loll Ich kann durch das Dach vielleicht Rausglitschen Ja, also im Notfall Hilft nur die Flamme Wird's ganz und gar nicht geht Scheiße Ich hab heute keine Munition mehr Für die Flinte Wir müssen mal einen Händler finden Ja, ich glaube Da hinten ist einer Ich hab schon was Zeichen gesehen Ja, äh, du kannst schon mal vorgehen Ich brauch noch ein bisschen Ich kann dich mitnehmen Das ist kein Ding, warte mal Ja, okay, fahr mich Oh, lol Ja, genau, springen Oh, ich seh Füße Ja, du bist raus Ich bin nach vorne einfach geglitscht Hier oben gibt's einen Rucksack Ah, gut Ich bin grad durch deinen Arsch geglitscht Das fühlt sich so nach Einlauf an Höhe, komm Boah, Alter Der hat was Oh, da ist noch einer Alter Blinden Okay Das war der See Nur das war unsere Fahrgelegenheit Nee, steck doch ein Fahr Okay Ja, stimmt Aber wenn du drin bist Warte mal Nee Wenn du auf der Ladefläche bist Hast du bestimmt Die Reparaturskill, oder? Okay Lol Jetzt können wir's vergessen Hätte nämlich so gar keine Reifen mehr Hat jemand ein Auto für uns? Hilfe Aber, ja Wenn man eins braucht Dann kommt keins Wenn man eins gefunden hat Dann kommt 20 NPC Ja, das stimmt Wollt mit einem Pfahn Ups Hast du ihn? Da sind schon eine Blockpfeife gegeben Das ist hartnäckige Reifen Was sind das für hartnäckige Reifen? Kugelsicher, nice Mir kann nichts passieren Ja Oh, aber Äh Die Motor überquallend Aber die Reifen sind eine Heile Obwohl die Seitenstraßen Ja, Junge Die verrückten Mongos Deine lebt noch Jetzt nicht mehr Doch, der lebt immer noch Aber schwer beschädigt, der Junge Er lebt immer noch Nein Jetzt ist er tot Jetzt ist er tot Aber Quad ist cooler Frisch repariert Juhuuu Da ist eine Hütte Da ist ein Dude Hi Ja Möchtest du uns fahren? Ich hab gehört, du willst fahren Oh, ey Mal gucken, ob es hier was gibt Aber Hauptsache er grüßt mich wieder freundlich Nachdem ich ihn geboxt habe Okay, hey, das funktioniert Das war nicht so gemeint Ich halte das Licht aus Ja, ja Sehr gut Ja, Junge Fährst du? Fährst du? Er fährt Quad Egal Nee, du fährst kein Quad Doch, er fährt Quad Ja Ich hab nicht gesehen, dass du drauf Ich hab's nicht realisiert Nein, musst du nicht Du kannst weiterfahren Ja, genau Du wusstest nicht, dass ich so einen sportlichen Cowboy habe Er weiß nicht, wer das erfahren muss Doch, doch jetzt Ah Junge Auf geht's Warte, ich mach's mal schnell Schnell runter und wieder drauf Und das heißt jetzt Leute in Stücke Ich geh nochmal runter Fahr Ich kann dir gar nicht genug danken Vielleicht musst du auch erst Gas geben kurz Ja Ja Äh Es ist an Ja Es ist kaputt Geh weg, geh weg, geh weg Geh weg, geh weg Nein Nein Bleib hier Ja Ich bin wirklich wieder Ich komm mit dem Auto Ja Hier holen wir uns jemand anderen, der vielleicht fahren will Ja 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 Ich glaube, der hat keinen Bock mehr einfach Weil Einmal wenn's dann Explodiert Kann man verstehen Ja 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 Jo, ich hab den mit einem Waffenkolben erschlagen Ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Wow Alter, bist du irre Junge Tschüss Tschüss Das ist auch was anderes Nee Oh Gott Das wär zu episch gewesen Oh hinter dir, hinter dir, hinter dir Oh ich hör's Oh ich hab keinen Platz mehr Verdammig Ich kann kein Fell mehr jagen Junge, was ist hier los? Oh fuck Junge Ich will doch nur das Fell haben Was für's Ich will doch nur das Fell haben Da tauchen plötzlich irgendwelche Leute auf Hey langsam, 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 langsam Da hinten ist ein Spotter Spotify Er fährt weiter, er fährt weiter Wo ist er? Ja ich komme, start Junge Start Junge Spring, spring Du siehst mich grad nicht mehr Du hörst so'n tollen Sender an Fahr 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 Oh, Schweißbrenner benötigt Die Karre ist im Arsch Ja, ja da fährt einer Junge Der fährt, bleib hier Da unten kommt noch einer Von unten? Ja Ja Okay Junge Entweder schafft man's oder nicht Ey Ah Verdammt Die ist fix Da ist, da ist hier 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 Hehehe Ja, ja Ich bin immer so geirig So Spring auf Ach Ja, ich bin drauf Ja Waffe weg Schön Wo geht's ab Irgendwie sind die NPCs ein bisschen dumm, wenn man daneben sitzt Ja, ja, aber Aber es geht weiter Komm schon, komm schon Ja, 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 ja Ja, nice Ja, nice Jaa Taxi Junge, aus der Richtung Kamer zwar, wäre geil Ja Ey, vielleicht kann man ja einfach mal so random was auf der Karte markieren, vielleicht kutschiert er uns dahin Ja, mach mal Ja, mach mal Ich mach mal hier den Waffen-Heini Oh, da ist eine Straßensperre, warte mal Lol, er dreht echt um Ja Er dreht echt um Er fährt dahin, wo ich ihn gemacht habe Okay Echt, wahr? Jaa Oder ist das jetzt die Straßensperre gewesen? Nein Cool Junge Der Okay, jetzt fährt er einen anderen Weg Er ist auch mal Jedenfalls Sehr bei der Sache dabei Ja Von dir seh ich nur die Beine Ach, kannst du bitte den Radiosender ändern Ja, genau, dreh um Hehe, gut Guter Junge Der dreht auch um Also im Schritttempo muss man die Kovitz nicht nehmen Ne, aber der weiß wahrscheinlich, dass einer auf dem Dach ist Hat ihn vorhin auch nicht interessiert, aber Oh, ah Gegenverkehr Oh Nein, der erste Schaden Perfektor Ja Warte, ich hole auch die Keule raus Das ist, glaube ich, nicht so gut, wenn du das so sagst Kann ich sowieso nicht, weil entweder habe ich es ja nicht mehr oder ich habe hier keine Nahkampfwaffe auf dem Auto Oh, John 6 Oh Nein, komm her Ja, geh weg Können wir beide einsteigen? Wäre doch nice Ja Ja, da ist einer Er fährt, er fährt Er fährt Junge, wie dein Dings hier rumpackt dein Rock Klasse, echt klasse Cool Lol, ich kann mich nach hinten setzen Ja, Alter Du hast voll den Stunt gemacht, Mann Es geht, es geht einfach nur Dich 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 Ja, das ist doch geil Ist das gut, ey Alter, der Elch Alter, der Elch Alter, er ist tot Nein Nein Wir haben uns überschlagen Oh, so ganz, so richtig, so ganz komplett, ja Oh, mein Oh, mein Oh, mein Und er ist tot Oh, mein Einen Rücken Okay Nicht das gleiche, wenn er nicht da ist Hinter dir Oh, der hat nen Helm Der hat nen Flinte Das ist natürlich der witzigere Wagen, ne? Ja Er fährt voll in die falsche Richtung, wo Straßensperre Ich muss nachladen Boah, boah Der ist gut, der ist gut, der ist besser Der ist gut, der ist besser Der ist besser Der ist viel besser Der ist viel besser Nein, Alter, ich bin schon Ich wollte dir Munition geben und ich bin rausgefahren Nein Steig aus Warte mal Oder halt ihn an oder so, keine Ahnung Der fällt eiskalt weiter Schade, Tür war da ist, aber egal Der nächste wartet Ja, wir waren eh auf der falschen Spur Ey, das ist dein Bruder, Mann Das ist dein Cousin Cool, Alter Das ist ja wohl geil Taxi in zwei Punkten Aber wirklich Und jetzt ist alles los, ne? So Straßensperren Und Bären Und Bären Die irgendwelche Leute fressen Das war ein Hirsch Äh, okay Oh Mist Ja, die irgendwelche Hirsche fressen Oh Ja, wir bräuchten mal so ein Blut der Munition verkauft Äh, ja Was läuft denn hier? Lol, der Anhänger ist verbuggt Oh nein, hast du was gesehen? Ne Von mir war der Anhänger verbuggt Ich verstehe überhaupt nichts mehr Ja, ich auch nicht, warum fährst du hier lang? Ja, das verstehe ich zum Beispiel nicht Kann man dir aus den Spiegelkapp schießen? Nö Scheiße Ich muss vorsichtiger sein Ja, wie wär's, wenn du auf der Straße bleiben würdest Ja, das ist ja ein Anfang Ich hoffe, du bist keine Illusion Nee, fühlt sich das nach Illusion an? Danke, das vergesse nicht Bitte Nicht? Gut Du bist auch ein guter Taxi Oh, ah, das vergesse ich nicht Wirklich nicht Mit dem Paddel, Alter Bist du irre? Wo ist das viel? Wo ist das viel? Mach dir meine Hände Wo ist der Typ? Er liegt hier Das vergesse ich nicht Kommt der Pumat Was läuft denn hier? Was läuft denn hier? Scheiß Musik läuft hier Ja, wie kommt das? Ja, wie kommt das? Ah Ah Mein Stief Ah, er fährt zurück No, 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 la Ja Ja Ja, wenn du nochmal fährst, dann hab ich's ja Dann macht das scheiß Radio aus Also das ist gut, wenn man so einen Mechaniker im Auto sitzen hat Jo Ey, stehen bleiben Stehen bleiben Stehen bleiben Nein Nein Die Abfahrt Die Abfahrt Nein Ah, okay Mist Komm, hinterher, hinterher Wenn ich's überlebe Boah, Junge Fahr Ja, das sagst du jetzt Steht mit in der Schlucht So, okay. Mal gucken. Ich taste mich mal langsam ran, ja? Erstmal hier hinten. Das treibt weg. Oh. Warte. Treib du nicht weg. Das ist dann weggetrieben und ich, bevor es ganz weg wäre, jetzt brennt hier alles. Und er ist auch tot. Wow. Oh, jetzt weiß ich, warum noch Smokin. Warst du das? Nee. Was? Keine Frage. Natürlich war ich das nicht. Links von dir. Ja. Der hat hier einen Bug durch das Haus. Dann hau ich unser Video rein. Ja. Hey, warte. Das wollte ich zerstören. Aber Alkohol. Erstmal ein Bier. Erstmal ein Bier. Das ist gut. Wo sind denn die Toten? Ja, gute Frage. Sind die die spawnt, oder? Nee, eigentlich nicht. Aber irgendwie in dem Fall schon. Ah, die Leichen sind weg, aber die Muni liegt hier noch. Ah, wohl. Oh, hier ist mein Büro. Dein Büro? Sag mal. Ich guck mir mal dein Büro an. Hi. Ich hab gehört, ich bin dein Assistent. Aber hallo. Alleine geht das nicht. Ich hab jemanden. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Unser Bliss. Nein. Nein. Junge. Gerade einer. Ach so, den hast du schon. Den Beschuss. der brennt dann schaffe ich es noch bevor ich die unschuldige leiche töte eine leiche töten also schon mal tot wurde das feld wo bist du bevor es verfällt auch noch eins okay kannst du kannst du damit auch leichen verschwinden lassen ja okay ich überlebe das glaube ich aber bison lebt noch hey wir können wir nicht gebrauchen du tötest nur spaß nein da hinten ist hey wir haben hier nen dude man hilf ich werde entführt ich helfe ihnen ich wer für dosen oh nee das war ein molotov los fahr weiter oh nein bruder was mach ich denn Alter hängt gerade dran Alter packt ihr nicht wow ist da ein Junge ich hab nen Schild auf den Kopf gekriegt hi will jemand mitfahren hi ihr vielleicht oh 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 gibt es hier auch feuerlöscher oh hier brennt es immer jetzt brennt es überall halte durch ja löscht das feuer ich hab nix zum löschen ich versuche mir jetzt auch mal ins fliege ich hab das letzte mal so richtig verkleinert du brauchst du ja nicht ne ich hab davon keinen vorteil ne aua oh gott oh gott oh ich hör schon kaliber mein lieber mein lieber kaliber und wir werden beschossen ja ich kann gerade eben ich hol dich ich hijacke dich Alter ist der irre der ist da voll reingebrettert und jetzt brennt das Flugzeug äh ja oh das Boot auch ich bin tot was wollen wir fliegen ne amerikanische Flagge oder ne Banane Banane jetzt runter die Brücke leichteste Übung ihr Joje da ist noch ne Brücke ach die ist ja da easy ja klar pass aber um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen mach ich jetzt um diese Brücke rum ein salto ein looping ja ich bitte drum und dann wieder drunter oh gott das war wohl das immer zu einfach verdammt also wenn du aussteigst kommt es nicht wieder rein tch au oh nein jess nein was war ne lustige Landung ja ja das versenkt ne ganz neue Bedeutung dann würde ich sagen ja ja bis nächstes mal ne lasermusik lasermusik ja 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 ja